Ein beschwerlicher langer Weg, aber wofür hat man Packesl? So wie ein Pele. Da oben, nein, da stehst du da hin. Wir sind da in der Nähe von Riedenburg, in Essing, in geheimen Höhlen und da haben wir eine Drehgenehmigung bekommen und da freuen wir uns ganz arg. Der Weg war ein bisschen beschwerlicher, wie wir gemeint haben. Der Balou hat gemeint 700 Meter, haben wir gleich, aber das war irgendwie Luftlinie anscheinend. Wir haben es geschafft, eine saugeile Kulisse, dank Balou, hat es selber gebaut, aus Rehgips. Nein, nein, Papa schießt, der bloß ist Ringer. Ah ja, wunderbar. Und es wird sich lohnen. Ja, die Ältesten, das ist unsere Szene heute. Wir haben ja den Rat der Dementen, der ist für die Bittsteller zuständig und ist Experte für alte Schriften. Und Prinz Blechleber und Hauptmann Hadobrand werden die heute in einer Szene befragen. Sie haben ja ein kleines Problem. Ja, die Prinzessin und die Freundin des Hauptmanns sind entführt worden und da brauchst du ein bisschen Hilfe. Ja, sehr beschwerlich. Ich hoffe, wir kriegen es zügig durch. Es ist sehr viel Text, vor allem für den Werner. Und ja, legen wir los. Schauen wir mal, wie lange wir brauchen. Tolle Höhlen. Wir haben es die Mumu-Höhle genannt. Ich weiß nicht warum. Okay. So, erzähl mir, was du machst bei uns. Ich mach bunt. Nein, also ich mach jetzt aus unserem Balou, mach jetzt einen richtig alten Kerl. Das ist aber sehr weiß, ja? Ja, das ist... Merkst du, du kriegst schon wieder einen Zehner. Du wisst immer vorher, was ich sag. Ja. Wahrscheinlich, weil es sehr weiß ist. Ja, jetzt krieg ich wieder. Das wird dann schon. Jetzt warte doch. Warte doch mal ab. Du kannst nix erwarten. Du kannst nix erwarten. Ein Regisseur soll ja eigentlich immer alles wissen. Aber ich muss mir alle Infos immer dapeteln. Ja, ist wirklich so. Jetzt bin ich fertig geschminkt, stundenlang geschminkt. Dann kommt der Bons. Was hast du jetzt mal gesagt? Arschloch. Und schütt noch was ins Gesicht. Wie fühlt man sich? Das heißt, wirklich. Werner, wie fühlt man sich? Ja, noch älter als sonst. Werner ist ja knapp 40. Das ist jetzt. 40 plus. 40 und ein paar Monate. Wie viel? 122. Sieg Sekunden. Es tagt der Rat der Dementen. Die Dementen. Nein. Wir schauen hier noch dazu. Es war sehr anstrengend. Viele Touristen da, hat man nicht gemeint. Die Höhlen sind eigentlich geheim. Und sehr schwierige Textpassagen. Die Zeit ist uns wieder einmal davon gelaufen. Das war sehr anstrengend. Zeitweise habe ich wieder dazweifelt, ob wir das Pensum, das wir vorgehabt haben, schaffen. Wir haben es geschafft. Alle haben durchgehalten bis zum Schluss. Da kann man nur stolz drauf sein. Ab jetzt wird es nur noch einfacher, sag ich jetzt mal. Dann erforscht ihr nur die Höhlen. Und dann machen wir es einen schönen Abend. Auf jeden Fall. Bis dann. Rückzug. Rückzug. Achtung, das ist scheiß glatt. Das ist scheiß glatt. Ich bin gerade noch durch. Moment. Und ich bin gerade durchgerutscht. Das ist gut. Ja, das ist verraschend vernünftig. Ich bin gerade durchgerutscht. Ich bin gerade durchgerutscht. Was man halt für Schuhwerk bräuchte. Untertitelung des ZDF, 2020